BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Einen schönen guten Tag, euch allen herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Pokalspiel beim FC Bayern München, das das ganze Jahr sportlich abrunden soll und abrunden wird. Ich begrüße unseren Trainer Peter Stöger und bitte euch um eure Fragen. Sebastian Wessling von der Funke Medien Gruppe. Ich fange direkt mit einer Personalfrage an. Gestern hat ja Pierre-Emerick Aubameyang im Training gefehlt. Wie geht es ihm inzwischen? Hat sich das tatsächlich nur als kleines Problem herausgestellt? Ja, Mahlzeit ist noch nicht sicher. Da war jetzt auch im Trainingsgelände nochmal Therapie. Mal sehen, was Nachmittag ist und bis morgen ist nochmal ein ganzer Tag, wie sie sich dann entwickelt. Es ist beides möglich, ja. Anne von Eickel, WDR Hörfunk. Was macht für Sie so ein Pokalspiel am Ende des Jahres gegen die Bayern aus? Ja, für mich ist es natürlich ein echtes Highlight. Wenn ich es persönlich bewerte, muss ich sagen, ich habe ein sehr interessantes, sehr bewegtes, sehr spannendes, sehr eigenartiges Jahr hinter mir. Wenn man es vorweg einmal niederschreibt, würde man sagen, das ist irgendeine Geschichte, die kein Mensch glaubt. Und ein Pokalspiel zur Wende, nochmal gegen Bayern mit Dortmund, das stoppt das Ganze. Und auch mit dem Blick darauf, dass es eine schwere Aufgabe ist, ist klar. Aber mit einer Mannschaft, wo ich denke, dass wir auch unsere Möglichkeiten bekommen werden. Also das ist schon speziell und das ist schon ein richtiger Höhepunkt für mich auch. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Herr Stöger, Ihre Mannschaft hat bei den letzten Pokalauftritten in München gewonnen. Haben Sie sich schon mit der Mannschaft ausgetauscht, wie man das anstellt? Ja, klar hat man das im Hinterkopf. Klar wurde das auch schon besprochen. Klar ist aber auch für jeden, dass man von Dingen, die irgendwann einmal waren, zwar vielleicht so ein Gefühl mitnehmen kann, aber dass es für die Partie morgen keinen Einfluss hat. Also mit Dingen sich zu beschäftigen, die positiv waren. Ich sage, das ist eine Begleiterscheinung, sondern das, was man umsetzen muss, ist das Tagesgeschäft, das ist wichtig. Ich finde es normalerweise eher zielführender, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht so gut funktioniert haben, weil da kann man noch was reinlegen. Was gut funktioniert hat, muss man immer vorsichtig sein, weil das gibt eben das Gefühl der Sicherheit. Und so Sicherheit geht dann relativ schnell einmal in den Bereich der Gelassenheit und Überheblichkeit rein und das ist überhaupt nicht angebracht. Also das ist schon wichtig. Sascha Batsinski, SkySport News, HD. Herr Stöger, welche Schwächen haben Sie denn bei den Bayern ausgemacht und wie bewerten Sie die Auftritte und die Form der Münchner in den letzten Wochen? Ja, irgendwie passt in einem Satz Bayern und Schwächen so gefühlt sogar nicht zusammen, muss man sagen. Das ist eine Mannschaft, die sich nach zwischenzeitlichen Turbulenzen mit Jupp Heynckes wieder total in die Spur gebracht hat. Mal sehen, ich glaube, das ist ein Highlight-Spiel für beide Seiten. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so in der Bewertung zu sehen, wie vielleicht die letzten Spiele waren. Bayern haben die meisten ihrer Spiele wirklich positiv bestritten. Ich glaube, das ist so ganz, wie sie ist. Zwischenzeitlich waren wir nicht mehr ganz so souverän, wenn aber diese Qualität, die da ist, mit der Aufgabe Dortmund im Heimspiel vor Weihnachten im Pokal, wird sie nochmal richtig stark machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, wir haben schon Möglichkeiten mit unserer Mannschaft. Im Läuferischen, im Spielerischen, auch von der Schnelligkeit im Umschaltspiel haben wir schon unsere Möglichkeiten, dass wir da richtig gefährlich werden könnten. Man muss mal vieles richtig machen, aber das ist jetzt auch keine Überraschung gegen Bayern. Harald Grundmann von der ARD. Sie haben ja an einigen Stellschrauben so ein bisschen was gedreht. Die Spieler haben auch gesagt, die fühlen sich ganz wohl, dass es ein bisschen weiter nach hinten das Ganze verlagert wurde. Muss man gegen die Bayern jetzt noch defensiver spielen? Das ist jetzt einmal nicht der Grundplan, ja. Klare Antwort. Weitere Fragen? Jürgen Kors, bitte. Herr Stöger, Sie sind gerade erst zehn Tage hier, aber in zwei Wochen öffnet schon das Transferfenster. Wie laufen da die Gespräche mit der Klubführung? Wie können Sie Ihre Vorstellungen einbringen? Wo haben Sie vielleicht Bedarf ermittelt in den vergangenen Tagen? Also wir haben bislang eigentlich nicht darüber gesprochen. Bevor ich dann mal Richtung Wien gehe, wird man sich sicher zusammensetzen, wird man sich austauschen. Ich bin der Meinung, es ist hier eine großartige Mannschaft, die mir zur Verfügung steht. Ich sehe da jetzt auf den ersten Blick nicht irgendetwas, wo ich sage, man muss zwingend was machen. Qualitätssteigernde Dinge, wie der Klub, meine ich, sowieso immer perspektivisch einen Plan gehabt haben. Und das werden wir dann auch mit durchdiskutieren. Aber es hatte in diesen zehn Tagen wirklich relativ viel zu tun, um die Jungs, die uns zur Verfügung standen, dass man sich mit denen austauscht, dass man da was versucht, uns auf die Beine zu stellen, dass wir gefühlt mit einer besseren Situation in die Pause gehen können, was die Meisterschaft betrifft. Und das ist uns jetzt Gott sei Dank mal gelungen. Sebastian Kolzberger. Herr Stöger, Dortmund hat ja in den vergangenen Jahren eine sehr erfolgreiche Pokal-Historie. Und man sagt ja auch, der DFB-Pokal ist der schnellste Weg zum Titel. Hat man das im Hinterkopf als Trainer oder ist das für Sie nicht so wirklich interessant? Ja, das hat man mehr als im Hinterkopf, würde ich sagen. Also das ist ja klar, es sind einige wenige Spiele. Irgendwann einmal triffst du auf richtig starke Konkurrenz. Das ist mal früher, mal später. Bei uns ist es in dem Fall relativ früh. Ich denke, der gleiche Zugang vom Gedanken her trifft auch auf Bayern München zu. Also, dass es für beide Seiten nicht unbedingt das Gefühlte wunschlos ist, das ist wohl klar. Aber dass du, wenn du den Pokal gewinnen wirst, irgendwann einmal aufeinandertreffen wirst, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht 100 Prozent, aber relativ groß. Anna van Eickels. Inwieweit hat gerade dieser Last-Minute-Sieg am Wochenende noch mal so Kräfte- und Selbstvertrauen freigesetzt in Ihrer Mannschaft? Haben Sie es feststellen können oder haben Sie es feststellen können? Ja, also es tut dann immer gut, vor allem im eigenen Stadion noch dieses Spiel dann zu gewinnen. Vor allem, weil man auch weiß, das hätte permanent kippen können. Wir hätten es schon relativ früh in unsere Richtung drehen können, dann war es richtig schwierig. Dann hat es mir nicht mehr so gut ausgesehen. Und dann dieser gefüllte Kraftakt, dann doch noch zu versuchen, das Spiel zu gewinnen, das in irgendeiner Form ein ausgeglichenes Spiel war, das tut dir dann gut. Dann hast du auch das Gefühl, den Glaube wieder, dass du solche Spiele auch entscheiden kannst, drehen kannst, nach dem Rückstand, dass du retourkommst. Das tut einer Mannschaft immer gut. Und dass die Qualität da ist, ist ja auch klar. Und solche Spiele geben den Spielern dann auch das Gefühl, dass sie es auch wirklich mit ihren Möglichkeiten umdrehen können. Das ist sicher positiv. Oliver Müller für die Welt. Falls Pierre-Emerick Aubameyang ausfallen sollte, dann gibt es ja die Möglichkeit, ihn entweder 1 zu 1 zu ersetzen oder taktisch ein bisschen was umzubauen. So ein taktischer Umbau würde Ihnen das etwas Sorgen bereiten, weil ja gerade eine klare Ausrichtung, klares Personal der Mannschaft vielleicht in den vergangenen beiden Spielen etwas Sicherheit gegeben hat. Sie haben beide Zugänge erwähnt. Beides ist richtig, beides ist möglich. Eine Variante davon würden wir wählen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es wäre auch kein Problem mit den Jungs von der Systematik. Wenn es notwendig wäre, etwas anderes zu spielen, sind dann auch Dinge dabei, kann ich immer wieder nur sagen, die Peter Posch gemacht hat, wo ich vieles auch sehe, was richtig okay ist, was richtig gut war. Und das könnte man dann auch anwenden. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten. Mit der Qualität der Mannschaft hat man viele Optionen. Sebastian Wessling. Eine Frage für Sie persönlich. Sie haben ja in Österreich schon einige Titel gewonnen. Mit Köln war das nicht so einfach möglich. Jetzt sind Sie relativ unvorhofft hier gelandet. Haben die Aussicht oder haben jetzt eine Mannschaft zur Verfügung, mit der die Chance deutlich gewachsen ist, zumindest auf den DFB-Pokalsieg. Was danach kommt, weiß man ja nicht. Wie ist da Ihre Gefühllage vor diesem Spiel? Ist das auch nochmal für Sie persönlich so ein zusätzlicher Anreiz, zu sagen, jetzt habe ich die Chance, in Deutschland mal ein bisschen Blechware in den Himmel zu stemmen? Ja, dann hätten Sie gerne eine Schlagzeile, dass der Öse Titel gewinnen will. Ja, das ist okay. Aber logischerweise spekuliert man mit einer Mannschaft wie dem BVB mehr damit, als es mit dem 1. FC Köln möglich ist. Das ist ja klar. Ich glaube, jeder kann sich einordnen und jeder kann bewerten, wo die Chancen größer sind. Und logischerweise ist die Chance, einen Titel zu holen beim BVB größer. Und jetzt hier einen Titel zu holen, weil für den österreichischen Trainer eine richtig große Geschichte ist. Das ist ja klar. Aber wie gesagt, da ist noch einiges zu tun. Und das sind schon Dinge, von denen man in irgendeiner Form träumt, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal möglich ist. Aber es ist jetzt nicht vordergründig die Geschichte, dass ich sage, mein Ego ist damit befriedigt, wenn ich einen Titel hole, sondern es geht um die Entwicklung der Mannschaft, um das, was wir dann sehen wollen. Und dann weiß man auch, wie Spiele laufen. Also dann kannst du einen richtig guten Job machen und es greift nicht ganz so. Und du musst manchmal vielleicht gar nicht so viel machen und hast vielleicht Erfolg. Fußball ist manchmal eigenartig. Friedbert Raulf, bitte. Das Verhältnis BVB-Arjen-Roppen ist ein ganz spezielles, hat sich über die Jahre so entwickelt. Jetzt ist noch nicht ganz sicher, aber spielt haben Sie eigene Erfahrung und möglicherweise ein eigenes Rezept für diese Spielweise, die alle kennen und die trotzdem immer wieder funktioniert? Ja, das ist ja das Spannende, dass man weiß, wie der eine oder andere spielt und trotzdem ist es nicht zu verteidigen. Das hat möglicherweise mit Qualität zu tun. Darauf werden wir sicher vorbereitet. Also es gibt jetzt nicht viele Dinge, die man über Bayern jetzt nicht weiß. Es gibt wahrscheinlich auch nicht viele Dinge, die man über den BVB nicht weiß und trotzdem sind etliche Dinge dann mal schwer zu verteidigen. Das ist eben die Frage der Qualität. Also wir wissen schon, wo er es hat und wir wissen auch, wie man möglicherweise ein bisschen aus dem Spiel nehmen könnte. Aber ob es dann wirklich funktioniert, ist schon die Frage, wie gut ist der Junge drauf und wie gut ist man selbst drauf, dass man es verteidigt. Gibt es weitere Fragen? Bitteschön, die Dame ganz hinten. Wie geht es Ihrer Mannschaft im Hinblick auf den Prozess, der Bombenamtschlag, der morgen beginnt? Gibt es da eine Anspannung? Habe ich jetzt so nicht vernommen, muss ich wirklich sagen. Es ist vielleicht intern, jeder für sich selbst mit der Thematik so ein bisschen beschäftigt, ist aber jetzt in der Kabine und am Sportplatz hätte ich das jetzt nicht als großes Thema wahrgenommen. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für die Runde, wünsche allen eine gute Anreise nach München. Wir sehen uns dort spätestens morgen. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.